huah, huah, nein, Nils, Niiiils, Noooooo Hallo Leute, willkommen zu CS, die Kartoffel ist mit dabei Ulululululululululululululul Ok, das Kartoffel-Freunde Und..de Nils? Jaaah, hallo Ähm Ich hab die Bombe, w� gehen wir hin? Nils kann man aus mein Minecraft-Let's Plays scannen Genau, ich bin der Witzige hinter der charmante Stimme Genau Ich kenne ihn seit ungefähr zwei Sekunden und ich mag ihn Hm Das ist schön L demi Mehr als mich optionключ Skaaaa Aber das ist ja auch nicht schwierig Fells Monk GOGOGO, PRESSURE hab ihn gut B ist frei leg die leg das Ei ja leg ja schon leg ein Ei okay fliegt ihn hier so kommt glaub ich was von der Mitte endlich endlich wieder CSGO von oben von oben von oben von oben von oben um von Prozent nein nein ich hab ihn nur 22 ja ich hab schon zwei Leute geholt ja so okay oder sehr gut ich finde die dual Barretta sowieso voll scheiße warum bleibt er denn nicht defensiv oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nein der wird gemessen was ist das denn und Mongol Mongoo Mongoo ich hab schon wieder die Bombe ich will die nicht äh ey das war auch super die Runde das ist gut das ist schön das ist wunderschön boah ich kauf mir erstmal ne P90 Idiot ich nehm die ich nehm die ich nehm die lass mal A lass mal A wisst ihr was schön ist ähm Micha weißt was mir auch gefallen ist ja ähm mit 60 FPS aufzunehmen ne sieht sieht echt viel schöner aus als mit 30 ich habe ach ne ich habe das Hearthstone äh let's play das neue weißt du was wir schon was ich schon hochgeladen hatte als wo du meintest oh dann muss ich das auch mal tun hast du es eigentlich mittlerweile hochgeladen ja das ist mittlerweile hochgeladen okay ähm ich spring einfach mal raus ne ja okay ich lauf hinterher ja mach mal ich steh dahinter einer links in der Ecke einer noch äh action okay die Plante ja geh weg geh weg action action lol ich schieß ihn drei mal in den Kopf lol hast du gesehen wie sie umgekippt sind ja einer Connector Connector hast du gesehen wie ich beide weg geholt hab oh mein Gott das sah so gut aus ich bin so stolz auf mich warte warte du hast hier ne dein Ernst Nils in der zweiten Runde hier kannst du wieder haben was denn nein da liegt da ne Waffe ne ey ich war ganz ich hätte ihn getötet äh das nochmal aber diesmal smokey äh dieses Scharschützen lässt was ist mit meiner zweiten Runde was hast du gar was hast du für ein Problem in der zweiten Runde kauft man sich keine Crake oh nein wir haben äh inkommunikative Teammates das heißt wir räumen jetzt A auf obwohl da keine obwohl wir da nicht sind eigentlich B Switch ist einer von A wir kommen auch nach A hä hä what man konnte ihn nicht sehen rechts по der Kiste ist einer aber ich habe ihn nicht gesehen ich weiß nicht wo hä ne ne aber ich finde der unterschied zwischen 30 und 60fps ist gigantisch Ich hätte das nicht so... Ich hätte das so nicht eingeschätzt, um ehrlich zu sein. Da ist der gigantisch. Ah, ich bin erst da. Leg das Ei, du lila Nutte. Ey. Ah nein, der hat spawned. Er hat spawned. Das Gute bei Nils ist, er ist unranked, ne? Das heißt, wir haben nicht so Ultra-Gegner. Nils rennt einfach rein und schießt wie so Berserker. So hatten wir gerade auch zwei Leute. Zwei ganze Teams hatten wir gerade so. Berserker! Ey, so ist meine Folge von heute. Ja? Berserker? BERSERKER! Ich dreimal hochladen musste, weil YouTube andauernd einen Fehler hatte. Lol. Ja, manchmal sieht man ausrasten. Ne, Alter, ich nehme mal die Bombe mit. Lol, ist der schlecht. Ähm, auf A-Movement. Ja, wir sind beiden Keller zu zweit. Einer Connector. Neiiiin! Warum gehst du da hin? Von hinten kommt einer. Ich dachte, ihr seid aufm Weg dahin. Soll ich den hinten übernehmen? Okay. Alles gut. Einer, äh, Schauber gesetzt. Alles gut. Das wird mein Ace, würd ich mal sagen, ne? Hab ich nicht, ähm, in der Auf... Ne. Das war nicht in der Aufnahme, das war gestern, wo ich dieses One on Five gewonnen hab, ne? Gestern Abend, die erste Runde, wo ich auf Inferno in der Ruine stand. Mit dir? Ja, genau, da stand ich in der Ruine. Und dann kam doch so... Ne, drei oder... Gegen vier war das doch. Da hab ich doch dieses drei und vier gewonnen. Ähh, One on Four. Jaa, lass doch B rennen. du es hört sich immer so cool als wenn man nur bummm, hört und oben rechts ist man einfach Kartoffel hat schon sechf, nee 8 zu 3 weißt du was ich gerade gemacht hab? ich geb ihm zwei schüsse, denk er ist tot und lad nach nein... gimme ...gimme sch.. Noooooooo noo sorry, ey, ey напрannn Ähm, ich kann es für dich kaufen. Nein, nein, okay. Ich werde dich aufhören. Nächster Tag. Jetzt wird YouTube dich hauen. Go, go, go! Ja, wir sind aufhören. Nein, bitte. Hahaha, nein, bitte, nein. Welche Farbe habt ihr eigentlich? Ich bin orange. Ich bin blau. Haha. Das ist chill. Die Farbe, nicht der Status. Du kannst die Farbe in der, ähm, in der, in der Lobby ändern, ne? Einer ist da unten. Oh man. Einer ist nach rechts auf dem Spot. Denk unter dir. Hohoho! Jumpshot, bitch. Ah ja! Weißt du, das war doch gestern stimmt, aber hab ich doch noch zum Schluss den Jumpshot gemacht. Wo ich, er meinte so, ich hol so den ersten, ich hol den zweiten. Und er so, ja, einer sitzt noch rechts von dir. Ich spring vom Balkon runter und hau ihm erstmal einen auf die Fresse. Das war doch, das war doch der AWP-Futzi. Weißt du das noch? Oh, von hinten, 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 in Apartment, Apartment. Ah, der hat nur noch einen Schuss gebraucht. Apartment ist der letzte, vorletzte. Der letzte? The bomb has been planted. Äh, the last one is Apartment. I can spawn. Okay. Okay. Ich? Ja. Ich nehme normalerweise ProVegas. Neuerdings nehme ich ein anderes. Wenn... Wenn du gerade den Namen nicht einst. Windows Movie-Menger. Ja, genau. Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis. Es ist FAKE, 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 FAKE! Ja, der Mann. Ich weiß, ich weiß. Der erste war ein FAKE. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du kannst jemanden begrüßen. Hallo, YouTube. Oh Gott. Wir sind deutsche YouTube-Stars. Woher? A oder W? Let's go, let's go! Okay, L to B. Okay, L to B. 19 people like me. No, YouTube like me. Ähm, I take pressure on A. Ähm, someone switch, car. Good job. One down down. On spot A. Das ist hinter mir. One is on spot A. Ja, und ich bin mit der Bombe auf B. Ihr seid richtige Helden. Na ja, ist gut, ist gut. Leg. Kannst legen. Ey. Es ist egal, wo du legst. Kitschen, 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 Kitschen. Kitschen, Kitschen. Blending. Er liegt auf B. Der kommt. Der kommt jetzt zu dir. Ah. Nein! Es ist unfassbar! Ich schieß voll daneben! Ey, wie geht's? Ich hab das leider alles auf... Nein! 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 Oh, so close for knifing, guys. Why? Das war nicht hier überheblich, ey. Das wär richtig witzig geworden. Äh... Can you drop, can you drop? Where are you? Äh, here. Äh... Thank you. Thank you. Let's do it again. I make pressure on A and you push B. Okay. Thank you. Oh... A. Hey... Asty is, eh... Coming to City's Brawn. Wieder auf B. Nein, nein, nein. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Das Problem ist, wenn ihr schnackt, dann.. Dann hör ich nich's vom Spiel. Loll! Loll! Wo kam' er denn her? Ich hab' gesagt... bis nan! Gewalle... Die haben gewallbank. Die haben gew... Sind die Wand, oder was? Die haben gewaddet. Haha. Oh Oooh. Wir sind hier nicht bei Leu. Alleine Nils eben so, wo bist du? Ich so zu Hause. Du? Strich, Punkt, Strich. Ja, du warst, ich hab dich im Teamspeak-Server nicht gefunden. Ja, ich war ganz unten in meinem Aufnahmenschöne. 1 on 5, wenn er das jetzt dreht, ne, dann... Ach, vergiss es, ich wollt gar nichts sagen. Wollt ich nicht sagen, was wolltest du sagen? Kann man kaufen? Jo, ich kann auch mal kaufen. Außer, außer Nils, der hat, der verschleitert sein Geld, wie sonst was. Ich hab nichts mehr. Ich kaufe mir noch ein paar Partygranaten und das war's. Partygranaten? Ja, Partygranaten. Geil, Alter. Richtig geil. Das hört sich richtig bosshaft an. Loll, Alter, seit wann drückst du so? Oh! Huah! Huah! Nein! Nils! 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 Das wird mal wieder das Intro. Raus, raus mit euch. Okay. Raus mit euch! Nils... Oh, geil, Digga, ne orangene M4. Einer zwangelt. Nils... Oh, Schadenschutzwest, ich hab keine Ahnung, wie ihr es nennt. Döner. Huah! Ich hab voll verschossen. Nils und ich haben immer die besten Intros, ey, uns fällt immer das Beste ein. Der ist im Weinkeller. Ist nicht im Weinkeller. Doch! Wo ist der Weinkeller? Der ist Weinkeller, der ist hier rumgesteppt. Wo ist der Weinkeller? Der ist nicht da, wo du bist. Ha! Ha! Das wird mein Intro. Ha! Er ist bei B oben im Abartement mittlerweile. Jetzt Zeit wegzugehen. Zeit Nils zu messen. Bleib stehen. Ich möchte, ich möchte dir wehtun. Ha! Nein! Ich will nicht, dass du von hinten kommst. Ha! 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 Lauf nicht weg, Lämmchen! Lauf nicht weg! Ha! 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 Ne, jetzt mach das nicht so oft, sonst wirst du gebannt, ne? Ja. Der war richtig mit. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ehm, Micha, ich habe übrigens heute die Soundbibliothek von Mediacraft gefunden und ich glaube ich werde zu eurer Verfolgungsjagd so ein cooles Lied runterspielen. Döse auch jetzt. Wunderschöne. Ha! Oh man. Oh! Oh! Ich weiß ja eigentlich, dass ich die voll multitasking bin bin. Und was denn? Ich weiß ja eigentlich, dass ich eigentlich, dass ich voll nachgelassen habe. Oh! Ja, ich auch, Alter. Ich kriege gerade eine, ich kriege alleine richtig in die Fresse geflogen, ne? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Was ist deutsch? Was ist deutsch? Was ist deutsch? Alter welcher Idiot hat dir die grad am Fuß geworfen? Ich seh nichts, ich seh nichts. Ja! Alter! Der Idiot alter, er schweißt das Ding am Fuß. Die Flashgranate... Warte, 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 geh mal weg da. Ist tot. Oh nein! Alter, ihr seid ja richtig behindert, ich seh doch nicht. Wir werfen uns die ganze Zeit hier gegenseitig mit Granaten ab, ey. Ich seh jetzt dein Reh, die Assis. Einer steppt, einer kommt, übersieht, einer kommt. Ey, was ist denn los mit dir, mein Junge? Du gehst ja heute richtig stopp. Ich hab Weed genommen. Ich hab nicht, ich hab nicht einen Schuss gesetzt. Psst! Oh mein... Was soll wieder aufhören, so laut zu rennen? Oh man! We got this! Einer da hinten in dieser Ecke. Links in dieser Camper-Ecke. 92 Schaden hat der bekommen. Ja, oben hab ich auch schon gehört, bevor die Flash gekommen ist. So Nils, du musst das jetzt machen. Einer kommt, ja gut, und einer ist links noch. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Du hast bestimmt ein Headset auf, oder? Der, ich? Ja. Äh, ja, ich hab mein Headset auf. Äh, Code, kannst du droppen? Hier. Next time. Äh, I want... No, I mean... A normal weapon. I've got... No, I... I know. Der hat 8000 und droppt nicht. Next time. I will do... I will do... I will do... No. Duttel... Noll! Noll... Oh fuck, da hab ich aber richtig daneben geändert. Geil, wir rücken hier rein hier. Einmarschieren. Einer ist, äh, B. Guck mal, auf hier. Bam! Einer ist da, Connector, ne, Jungle. ich habe einen typen verfolgt der tod war bin ich eigentlich behindert möchte ich habe schon wir haben da hatte der dritte bergenden die dritte körper ab 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 Lol, ich wollt grad sagen, dass da... Alter! Jetzt dreht er aber am Rad, der Junge. Wieso haben wir schon wieder so viele in der AWP? Das mag ich nicht, das ist langweilig. Das ist richtig ätzend. Äh, willst du mal Bombe legen? Ach, ich hab die Bombe. Hat jemand die Bombe? Ich hab die Bombe. Der letzte ist Spawn. CT-Spawn. Ah, toll, würd ich ihn gar nicht mehr legen müssen. Opfer. Ja, gib Geld. Ja. Ja, hab ich gesehen. Ja, warte, damit du's lernst, gib ich jetzt nochmal das Ding. Oh, hast du aber gut über Code geworfen. Das sah richtig gut aus. Richtig schöner Bogen. Wow. Oh, ich hab sie immer noch. Dein Schwanz? Nein. Schade. Deine Muschifalte. Scheiße, oder? Wow. Digga, mit drei Leuten. Nils, warum stehst du eigentlich direkt hinter... Du bist so schlecht, Nils, ey. Das ist unfassbar. Erst blocken wie der König und dann auch noch sterben wie ein Opfer, ey. Ich stand doch hinter dir, du bist unfassbar. Alter, ich hab ihn nicht einmal getroffen, ey. Nein, ich hab einen Flashback. Wo sind da welche? Unter dir direkt. Unter dir. Da links ist auch noch einer. Ah, da ist noch einer. Ja, der andere deckt die Seite. Also du könntest theoretisch jetzt einfach nach unten springen. Die AWP hat den Switch. Nein, unter dir, da. War eben. Ach, er ist gerade in dem Moment die Treppe hochgegangen. Brennt der, das ist unser Tag. Ein HP. Und tot. In drei, zwei, ach nee. Er ist gerade in dem Moment die Treppe hochgegangen, wie witzig war das denn? Nein. Hinter dir ist auch einer. Switch ist der letzte, kommt jetzt. Nein. Nein. Oh. Der war sehr witzig. Das muss auf jeden Fall bei irgendwem das Info werden. Nein. Er hätte es aber verdient. Das spoilert. Alter. Jetzt wollen sie ihn rausschmeißen. Da ging mir aber die Puppe, ey. Jogi Jogi. Was hat er denn jetzt gemacht überhaupt? Ich hab das gar nicht ganz gesehen. Worst smoke ever. Smoke. Smoke your sniper. GG. Ähm. Hier ist Ungarn am Rauch, ne. Ich seh ihn aber nicht. Dank. Thanks. Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Ähm. No problem. Last one was an A. I take it, I take it. Mid, mid, mid. Okay, okay. Okay, I'm coming mid. Ähm, now coming short. Nate hit him. Left. 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 There. Terrorist's Wind. Hehehe. Das ist jetzt so wieder gar nicht spannend hier, ey. Uh, weiter. Ich hab doch letztendlich da keine Kohle. Ich auch nicht. Hehehe. Gehen wir lang? Egal. Solange ich bei dir bin, ist alles gut. Olaf war wieder da. Wer von euch war denn nochmal der blaue, wenn ihr nehmt? Steck. Es ist kein Knall auf B, wollen sie mich verarschen. E Street. Mach hier oben ne Camper-Fotze. Du bist ne Fotze, ja. Endlich hast du's erkannt. Eggert Kitchen. Du bist Kitchen. Ab in die Küche mit dir. Last one on short. Shortedidordeddy. Last one on short. Very nice. On the left. Kabam! Ich will nicht wissen, wie oft inzwischen Overwatch bei mir drüber geguckt hat. Overwatch? Was ist Overwatch? Weiß ich was Overwatch ist? Ne. Okay. Das sind quasi die Pro-Gamer oder quasi mal höhere, ab 150 plus gewonnene Spiele, die quasi kleinere checken, ob die Aim-Bots und andere Sachen anhaben. Die sehen dann quasi deine Sicht. Also spektaten dich. Also spektaten dich. Genau. Zehn Leute spektaten dich dann und müssen dann am Ende ein Urteil abgeben, ob du halt was anhast oder vielleicht nicht. Also wenn du gemeldet wurdest zum Beispiel. Ja genau. Das ist wie das gleiche beim Tribunal von LOL, dass sie da über die Reports abstimmen. Genau. Einer Kitchen. One Kitchen. Oh, who lost the bomb? Genius. Bot. Ich DO prediction! I NEED TO HEAL THE ENEMIES. Ich schieße ihn in die Fresse, Mann! Das ist doch nicht wahr! Ganz ehrlich! Das ist doch Verarschung! Bomme liegt mit und der war Connector. Ich hab noch 27, das wird ein bisschen knapp, ne? Mal gucken, was wir da rausmachen. Oh, da ist er! Ich höre ihn! Sicherlich! Wir waren ein Siegreich! Ich glaube, ich hab mein Intro gefunden. Gut drauf, guys! Gut drauf, guys! Geiler Typ, der immer head it! So, wo geh ich denn hin? Ich glaub, ich geh nach A. B. Alter, wieso bin ich jetzt, äh... B. Achso, wir sind alle CT. Es ist Seitenwechsel. Ja, ja, ich hab das doch noch nie gespielt, oder? Achja, du bist ja rausgeflogen, letztes Mal. Oh, Leute! Geniuses! Nein, du gehst B! Geh B! Dahin, genau. Steps A! Ich weiß, wo B ist, du Affo! A, 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 A! Ich verschiebe auf A, Nils, verschiebe auf A! Boah, dumm! Nils, hör auf dir ne Deagle in der ersten Runde zu kaufen und kauf dir lieber ein Entschärfungskit! Ich hab nix anderes! Du sollst dir auch statt der Deagle ein Entschärfungskit kaufen und mit der Pistole spielen! Ja, komm mir nicht auf den Sack, Mann! Spiel einfach vernünftige Lappen! Die Liebe, die hier verstreut wird, die ist wieder wunderschön! Habt das Entschärfungskit! Ja, jetzt! Hätt ich vorher auch schon! Nein, hattest du nicht! Das hattest du von mir aufgehoben danach! Ja, dann halt so! Ja, dann halt so! Das solltest du dich um nennen in Raging Potatoes! Ja! Haha! Nils, du gehst immer auf B! Geh weg von A! Digga, du kannst mal aufwärts zu Dörr gehen! Es ist ne Aufstellung! Was ist ne Aufstellung? Orbi! Someone short! Guck, geh mal! Hier rein, Kerl! Hallo! Hallo! Digga, die wechseln wahrscheinlich nicht über Palace nachher! Die Bomme liegt im Apartment drin! Ach so! Bin nicht hart an der vorbei gerade! Na, Schrock! LOL, die haben sich die Bombe gesnackt. Das war ja ne gute Deckung. Das tut mir leid, das war ne Fehlansage. Wo war der? Der war links um die Ecke. Nils! Nein, da ist das Magazin leer! Das ist ja unfassbar! Du warst doch auf 3 Schuss, oder? Ah, dann hab ich wahrscheinlich umgestellt. Aber scheiße. Oh nein! Nix kaufen, Ecke, ne? Ja. Okay. Okay, CZ. Nix kaufen. Siehst du? Ich hab nichts. Hä, wo ist die M4? Du hast die da hochgeworden, wo man nicht mehr rankommt. Ne, ich hab sie. Oh Gott! Ich dachte gerade. A, A, Mini Steps und Flashes. Und Flashes. Oben. Ist unten runtergesprungen. Flash, Nate. Alter, wie viel Flashes hier kommen will. Help A, Guys. Help A. Okay. Alter, ich schieb sie nur mit sich. Oh, ey. Defusing. Einer ist CT-sworn. Oder so. Connector, Connector, Connector. Nein, ich bin tot. Ich hätt's fast geschafft. Ich hab mich hinter die Kiste stellen müssen, ich Idiot. Mensch, ey. Wow, die Nova ist cool. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. Ah, ich bin wieder besser als er. Als Micha. Oh, ich müsste ja auch was kaufen. Nils, du gehst. Ich bin alleine ab. Nils geht B. Ich geh was? Nils geht. Ja, du gehst B, Nils. Nils steht im Sworn. Okay. GG. So, B hast du gesagt, ne? Ja. Du bleibst darauf. Ah, nee, C. B. Achso, nein. A, A. Ah, nee, C. Ah, nee, C. Nee, B. Okay, jetzt will auf jeden Fall einer rein snacken. So ne kleine Bitch. No doubt. Ich wollt grad verschieben und hab die Waffe gewechselt und dann kommt er. Mit so ner Huren, so P90. Alter, wer kauft sich sowas? Ganz ehrlich. Garde. Leute, die nix können. Wo ist sie? Nils, der lauteste Elefant, den ich kenne. Hinter dem Balken ist einer. Da, steht er doch. Da. LOL. Fuck it. Was du für'n Glück hattest grade. Was du für'n Glück hattest grade. Achtung, zwei kommen. Fuck. Nils, man entschärft nicht, wenn noch so viele Leute leben. Digga, hab ich doch nicht drauf geachtet, Mann. Sollte... Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht noch länger warten. Ähm, doch, du hättest noch voll viel Zeit gehabt. Ja, ja, labarabarabarabarabar. Deswegen bist du letzter. Ja und? Der spielt das zum dritten Mal jetzt, nach vier Jahren oder so wieder. Ähm, CSGO ist eineinhalb Jahre alt. Ja, ich meine grundsätzlich Counter-Strike. Ich bin eine Leiterfrau. Ich bin eine Leiterfrau. Ja, ich komme. I'm alone, hey. Ähm, CSGO kannst du nicht mit CSS vergleichen. Oh, ist doch scheißegal, Alter. Man kann das kein bisschen vergleichen. Und bei CSS hast du immer nur Public gespielt und nie Liga-Spiele. Oh, diese P90, ne? Gott. Da krieg ich Krebs, ey. Ich glaube, ich halte B. Nein! Nein, er hat's an. Sehr gut. Er kommt Campertreppe runter. Ich weiß ihn doch. Ich schieße ihn im Schädel mit der USP und nur 67 ab. 2A, 2A. Nein! Nein! 91 in 5 Treffern. Er hatte noch 5 Punkte. Äh, 9 Punkte. Nils Mathe 1. Die verkacken ziemlich, ne? Noch 2 beschissene Runden, Alter. 2 Runden, das machen wir halt. Motivation hier! Motivation! Wir müssen das jetzt auch sagen, damit das effektiv wird. Motivation! Motivation! Wie viele? 10,5. 7,5. 6,5. 10,5. Die 4 von 6,5. 1,5. 8,6. 1,5. 1,5. 2,5. 3,5. 2,5. 2,5. 2,5. 3,5. 3,5. 2,5. 3,5. 4,5. Alter, B-Bombe ist auf B. Ich habe dem einen 91 gegeben und dem anderen 38. Und ich frage mich, wo fliegen die Kugeln hin? Die letzte Stelle, alle konzentrieren sich, obwohl wir alle tot sind. Campt auch einer, ne? Wir sind CTs, wir müssen campen. What the fuck? Alter, mal im Ernst, ja? Er hat genau einen Schuss. Das ist ja nicht das Schlimme. Ich habe mich nur gewundert, wie schnell er wusste, wo er war. Alle Antiterroristen sind, richtig, Bomben-Mensch-Herrer. Der kauft auch echt jede Runde, der Typ. Lass mich doch machen. Nicht du, der andere Typ. Flashes auf, ey. Mit, switch one, someone switch. All A. Der ist, äh, AWP-Hauser. Oh mein Gott! Alter, mal im Ernst, woher weißt der das? Nils. Erstens, da ist gerade einer gestorben. Zweitens, bist du der lauteste Elefant, den ich kenne. Und drittens, hast du gerade geschossen. Ja, trotzdem, Alter. Und du fragst dich. Der hat sofort getroffen, Alter. Was kannst du mir nicht erzählen? Ja, gell. Wenn das für dich hacken ist. Komm mal, komm mal direkt mit A, komm mal direkt mit A. Hab ich das gesagt? Gehen wir jetzt zu viert? Ne, wollte schon sein. Geil, dringend. Weißt du, welches Spiel ich auch unbedingt mal spielen will? Dieses Mordor, äh, hier. Dieses Mordor, äh, Mittelerde, Mordor-Schatten oder so. Kann ich dir nur empfehlen. Hast du's? Ja. Ist das ein Steam-Spiel? Einer kommt B, einer kommt B. Beef. Ist das, äh, läuft das Spiel über Steam? Ja, das heißt über Steam. Wollen wir, ähm... Oh mein Gott, ich kann's versuchen mit Family Charming. Kann ich's mir mal ausleihen? Es kämpft jedes... Dieser Dutt-Koko, will der mich verarschen? Ach, und da ist noch einer. Ach nee, das ist der. Okay. Anjei. Kann ich mir das Spiel mal ausleihen über Steam? Ego, 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 ego. Äh, mach mal gleich. Dass wir das jetzt nicht machen, war schon klar. Erstmal noch die Runde gewinnen, ja? Das zieht sich schon ziemlich in die Länge. Hm. Ich krieg ziemlich auf den Sack gerade, das ist nervig. Was? We are out of here. Komm, Jungs. Drei Runden noch. Das kann ich, dass man hier direkt Flash reinwerfen kann. Guck du mal bitte... Selbstwertes mit? Du hast das Fenster im Visier, ne? Ja, das Erste. Ah, ey, 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 ey. Ja, Dreh um, Nick. Jetzt Dreh um. Ja, ich bin schon noch im Weg. One Spot. TT Spot. Alter, das ist lustig. Ich muss das wieder öfter spielen, als Minecraft. Das ist, ähm, glaube ich, schon klar geworden. Entschärfst du? So, das, ja, das ist, ähm... Wow. Ernsthaft? Alter. Der eine war in der Ecke, in der Camper-Ecke von eben und der andere sieht die. Ja, das ist... Die haben halt ein gutes Team, ne? Ne, die sind eigentlich voll schlecht. Ja, aber die können dann halt, sobald die Bombe gelegt ist, können die sich da hinschillen und auf uns warten. Das hat nichts mit Team zu tun. Ja, aber es reicht halt dafür, dass die, auch reicht dafür, dass die die Bombe legen können. Das meine ich dann. Nils, gib mal A, bitte. Alter. Action. Ähm, Apartment 1. Ja, da ist immer nur einer. Das Fug, Alter. Oh mein Gott, ey, den hab ich gar nicht gesehen, der verpasst mir sofort im Kopfschuss. Dieser Asti, ne? Einer kommt von A, ne? Ich weiß, der eine ist immer A. Ich treff ihn sogar noch. Oh, man. Wir dürfen jetzt nicht ein Comeback starten, ey. Obwohl, macht sie ja schon, aber nicht durchziehen. Der kauf der A, bitte, Junge. What the fuck? Was ist mit dem los? Komm, ich kauf mal eine P90. Damit hat er aber ziemlich gedrückt. Ja. Wir müssen gegen die P90 gegenrücken, ey. Hurensinne. Move it, son. Nils steht wieder im Abkampf-Spawn. GG. Ah, chill mal hin. Nö, tu ich nicht. Du nervst mich. Ich hasse dich. B, everyone B. B, 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 B. Wow. Das ist doch nicht normal, wie dieser Hurensohn drückt, man. Ihr seid viel zu langsam mit dem Verschieben übrigens, ne? So kann das nicht so. Warum kommen jetzt eigentlich alle hier lang? Oh. Mal ernsthaft. Ich bin extra komp. Nett aus, warum? Egal, was ist los mit ihm? Oh. Okay. Wie schlecht bin ich gerade? Äh, wie geht's? Nicht auf Karte stehen. Ich kauf gerade noch einen. Du hast 10 Sekunden Zeit dafür, mach das bitte da. Ja environments. Du blöder Affe Du blöder Affe Be again, Apartment, come fast Come, Be Oh, mein Kleider Boah, hat das gedauert, dass ich den gesehen habe Ich glaube, der Ass hier hat einen Wallhack an Er springt gerade von den Apartment runter und schießt direkt mit der P90 nach unter ihm wo einer von uns gestanden hat Ist das normal? Ist das normal? Oh Gott, den hab ich nicht gesehen Könnt ihr mal den Ast hier reporten das ist nicht normal, wie der steht Also der steht wirklich, der hat wirklich ähm direkt unter sich geschossen als der Apartment gesprungen ist Ja, was leckt das? Und ich glaub ihm das nicht Glaubst du ihm das nicht? Glaubst du ihm das nicht? Ist skeptisch Das ist... Wie? nicht Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Jagiebe Bomb has been planted Und Er hat nen Headshot gefressen, ist tot Ich hab auch nur noch 6 Ich hab 4 Warum ist der Afe? Dem hab ich direkt nen Schädel gedrückt, dem Huren So, ich hab ihm 91 und dem anderen 89 in 1 gegeben Das macht's nicht so spannend hier Oh ey, ich dachte das wird so ne kurze knappe Aufnahme Und jetzt haben die noch 13 Runden fast geholt 11 Runden haben die jetzt noch geholt Die sind natürlich nur 43 Minuten Wir haben gesmoked Good Job Apartment, Bomb is Apartment Wow, die standen schon alle on spot, wo kamen die alle her? Grenade out Nee, oben war keiner mehr Ich sehe da geflogen ist Ich hab grad dem, dem, dem Nummer Wo ist die Bombe denn, wo ist die Bombe, wo ist die Bombe, wo ist die Bombe Ja, GD Ja, GD Ja, GD Ich hab dem Typen, ne, eben zugeschaut Ne Dem, dem, der neben dir stand Was ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der Ist tot Micha Der Typ, der neben dir stand, den hatte ich eben zugeschaut, ne Und der Typ, den du abgeschossen hast, der springt auf dich zu, kriegt den Kopf und macht erstmal ein Rückwärtssalter Es sah richtig gut aus Ne, kein Rückspiel Alter, war das ne krasse Runde, leckig immer So Leute, wenn euch das gefallen hat, ne Lasst uns doch einen Daumen nach oben da Oh ja Und ein Herz Und an meiner Leute, vergesst nicht die anderen beiden auszuchecken, die werden unten in der Verlinkung sein Eiken teilen, abonnieren Micha, warst du nicht Gold? Ich war Gold, ja, und dann hatte ich fünf Runden in Folge, ein richtiges Spackenteam und hab alle fünf verloren Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal Tüdelü Haut rein